Moin Freundinnen und Freunde des geflickten Outdoor-Attainments, herzlich willkommen bei Walk on the White Side auf dem Kanal. Ich bin der Jan und es ist der letzte Sonntag im Monat, das heißt es ist Zeit für G-News. Leider dieses Mal mit dem Daniel, der lässt sich gerade auf Malta gut gehen und ist im Bonner Regenwetter entflohen. Für gutes Wetter und schickes Glamping haben wir einiges in diesem Monat für euch. Es sind Firmen wie Snowpeak gekommen, wie GSI, aber auch für die Ultraleicht-Fraktion haben wir noch zwei Highlights mitgebracht. Fangen wir direkt an mit Snowpeak. Hier seitlich neben mir steht ja Takibi Solo-Feuerschale. Wir hatten bis jetzt ja immer die großen Fireplaces drin in drei Größen SML. Hier nochmal was leichteres mit roundabout 5 Kilo ein bisschen drunter. Oben kann man noch einen Rost drauf packen, der jetzt hoffentlich auch nachgeliefert wird. Auch Snowpeak hat große Lieferprobleme. Das Ganze hat ein sehr, sehr kleines Packmaß. Also hier haben wir den Karton, in dem das Ganze kommt. Das Ganze ist allerdings noch ein bisschen flacher. Lässt sich sehr, sehr einfach aufbauen. Wir ziehen das einfach nach oben, setzen unten das Ascheblech ein. Fertig ist die ganze Geschichte. Wahlweise natürlich entweder als Feuerschale oder zum Grillen. Passend dazu, wenn wir grillen wollen, brauchen wir auch eine Grillzange. Von Snowpeak, ich meine, Grillzange bleibt Grillzange. Da wird das Rad nicht groß neu erfunden. Sieht aber sehr, sehr edel aus, wie bei Snowpeak üblich. Wir haben hier oben die Holzapplikation, damit unsere Hände nicht warm werden. Ja und passend dazu, wenn wir die Feuerschale auch mal versetzen wollen, haben wir noch die Lederhandschuhe von Snowpeak. Hier gibt es eine Besonderheit und zwar haben wir hier einen Innenhandschuh, der uns einfach zusätzlich noch mal vor der Hitze schützt. Und weiterer Vorteil nach so einer Grillsaison, die ja schon mal so ein bisschen siffig, da können wir den rausnehmen, waschen und das geht mit einem reinen Lederhandschuhe natürlich nicht. Weiter geht es mit einem Tisch, denn wir haben was zu essen. Wir brauchen was, wo wir es drauf servieren. Da haben wir hier von GSI den, jetzt habe ich den Namen vergessen, mein Gott, einmal kurz spicken, den Rakau, eine Bambusplatte obendrauf mit Aluminiumbeinchen, das Ganze hat die Abmessung von 38 x 26 cm. Der ist nicht ganz so hoch, 16,5. Also durchaus auch, wenn man mit einem Zelt zu Fuß unterwegs ist, noch dafür geeignet, auch wenn er mit 1,4 Kilo nicht der leichteste ist. Aber wir haben hier was sehr Schickes für uns, Glamper. Ah, wo ist es hier? Einen Weinhalter. GSI macht ja durchaus auch sehr, sehr schön auf Eingläser. Wer also zu seinem Steak oder der Gemüsepfanne noch einen schönen Chiraz oder sowas genießen möchte, der kann hier sein Weinglas sicher einhaken, ohne dass man sich ärgert, dass man den ganzen Wein umgekippt hat und durch sein Zelt verteilt hat. Ja, wo wir gerade beim Thema Trinken sind. Die Aurora Bottle haben wir euch letztes Jahr schon mal vorgestellt. Da in diesem schönen Shiny Rainbow. Das Ganze gibt es jetzt auch noch in Gold und in Pink. Titanflaschen mit einem Gewicht von 148 Gramm. 800 Milliliter haben wir. Wir haben hier oben einen einfachen Drehverschluss und das Ganze auch innen noch schön farbig. Also sehr, sehr, sehr schick. Und ja, einfach ein Hingucker. Dann noch eine kleine... Ui, schön schief gemacht. Dann eine weitere Besonderheit aus dem Homehouse Snowpeak. Der 200 Milliliter Double Wall Becher mit Griff. Wir hatten sehr, sehr viele Anfragen. Warum gibt es hier denn immer so groß? Ich trinke morgens nur ein Espresso, vielleicht auch einen doppelten. Da brauche ich keine 450, 600 Milliliter. Das Ganze gibt es jetzt Double Wall eben auch mit Griff. Die anderen Serien packe ich euch unten auch mal mit rein. Die H-Serie, die M-Serie, die dann ohne Griff ist, aber auch Double Wall. Findet ihr alles unten in den Show Notes. Passend tut das Ganze übrigens in die 450 Milliliter Single Wall Tasse. Wichtig, ja, nicht Double Wall. Die haben wir leider nicht da, wo wir es ausprobieren können. Das können wir euch also nicht versprechen. So passt es aber sehr gut in die Single Wall Tasse mit rein, weil es noch jemand Zweites dabei hat, der ein bisschen mehr Kaffee Durst hat. Ja, das war es auch schon an Produkten, die wir euch hier in die Kamera halten wollen. Jetzt kommen wir wie bei der letzten Folge auch noch zu ein paar allgemeinen News aus der Welt des Outdoors. Swiss Piranha hat recycelte Heringe rausgebracht. Wir führen die schon sehr, sehr lange in unserem Programm. Viele kennen sie aber auch nicht. Swiss Piranha stellt Kunststoffhering in verschiedenen Längen hier, gerade für Camper super interessant, weil wir haben hier oben einen flachen Kopf. Das heißt, wir können die sehr, sehr gut mit dem Hammer einschlagen oder eben auch mit dem Fuß reintreten, ohne dass wir so ein schönes Y-Profil von unten in der Ferse haben. Und die sind wirklich stabil. Wenn wir sie mal verbiegen, kann man sie im Ofen, jetzt nicht gerade bei 200 Grad, aber vorsichtig wieder zurückbiegen. Man kann sie in die Spülmaschine tun, super schnell zu reinigen und halten wirklich was aus. In der Wanda Variante mit einer Länge von 120 Millimeter habe ich sie aktuell in mein Set eingebaut, war jetzt drei Tage damit auf Tour. Fazit kommt natürlich, wenn ich sie einfach mal ein bisschen länger benutzt habe, aber bis jetzt alle diese gekauft haben, sehr zufrieden. Hier eben in der Black Edition recycelt. Dann Wechsel hat nach anderthalb Jahren endlich das Bella liefern können. Ein Zelt aus der Community, was sie mit verschiedenen Influencern zusammen entwickelt haben. Das Besondere an diesem Zelt, wir haben ja einen ähnlichen Aufbau, wie zum Beispiel das Huber Huber. Nur der ganz große Unterschied ist, dass das Gestänge liegt außen. Gestänge ist aus DAC. Das ganze Zelt ist silikonisiert. Das heißt, wir können das Ganze auch im Regen aufbauen, ohne dass unser Innenzelt nass wird. Ich zeige es euch einmal hier oben eingeblendet. Wem das Ganze interessiert, unten in den Show Notes der direkte Link dazu. Und wir kriegen noch ein paar ganz wenige. Das Zelt ist nämlich sofort ausverkauft gewesen. Wenn ihr also Interesse habt, schreibt uns am besten eine Mail, ruft an, reserviert es euch. Es ist wirklich Mangel wahr. Das wird 2023 sonst erst wieder verfügbar sein. Dann war es das, glaube ich, auch schon. Nein, nicht ganz. Helinox hat auch noch eine schöne Neuheit rausgebracht, die auch sofort ausverkauft war. Da gilt genau das Gleiche. Wenn ihr Interesse daran habt, schreibt uns eine Mail. Das ist nämlich der Helinox Share Zero mit hoher Lehne. Also alle, die den Share Zero bis jetzt eher so ein bisschen unkomfortabel fanden, ganz ehrlich, fand ich auch, den gibt es jetzt mit hoher Lehne. Das Ganze hat dann ein Gewicht von 686 Gramm. Passt also ideal noch vorne irgendwie aufs Fronttrack beim Fahrradfahren. Kann man auch durchaus mal am Rucksack mitnehmen. Und der Kameramann hat mich darauf hingewiesen. Eine wichtige Sache habe ich noch vergessen. Ich habe ja versprochen, es gibt was für die UL-Fraktion und das ist dieser Potlifter. Zugegeben ist es jetzt nicht ganz UL. Ein echter UL-er, der nimmt wahrscheinlich auch keinen Potlifter mit. Aber gerade wenn man in einer Gruppe unterwegs ist und für größere Töpfe ist der von Soto sehr, sehr schick. Ein Aluminium-Potlifter, ja. Potlifter, okay. Aber wir haben hier auf der anderen Seite eben eine Zange. Also Würstchen wenden, was auch immer, um in der Falle was zu drehen. Schön kombiniert, 2 in 1. März. Das war es auch wieder im Februar. Für den März wird es auch wieder richtig spannend, weil wir haben noch eine richtig, richtig tolle neue Marke, die wir euch super gerne präsentieren würden, wo wir gedacht haben, die kommt jetzt schon im Februar. Es wird wohl doch März werden, aber mehr dazu März. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sonntag, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, und ihr wollt G-News nicht verpassen, Glocke, Abo, wir freuen uns drüber. Ihr bleibt up to date. Ich wünsche euch was. Ciao. Bis zum nächsten Mal.